Was bisher geschah, Arakorn und Legolas ohne Gimli sind nach Isengard und haben dort einen Fluss befreit, so nett sie sind, und haben damit halt ein bisschen Landschaden gemacht. Jedenfalls läuft alles gut für die beiden und sie gehen weiter in einer der schwierigsten Schlachten dieses ganzen Spiels. Gaming Night Wollen wir das wirklich machen? Ja, das wollen wir, Minas Tirith! Machst du jetzt ein Snabbidi-Snap? Nein, ich guck Snabbidi-Snaps an. Geil, mal guck mal Pferde. Ich will auch ein Pferd, um es zu essen, denn ich bin Kannibar. Ich hab auch immer so dumme Hirnbehinderteid. Du bist eine Hirnbehinderteid. Nein! Du bist gemein! Ja, Alter, hässliche kleine Kinder, ich hab's begriffen. Hässliche kleine alte Kinder mit Haaren auf den Füßen. Hast du was gegen Haare auf den Füßen? Nein, aber ich habe Haare auf den Füßen. Spülung für Haare auf den Füßen von Schwarzwus. Ich hätte so gerne, ich hätte so gerne so Löckchen, so richtig gestylt, so ein Iroh auf den Füßen zählen. Aber da ist ein bisschen zu wenig Haare drauf. Also nicht zu wenig, die das sind. Dekka, wie lang geht das, man? Den Film hab ich gesehen, ich will jetzt spielen, ja. Ich, dich! Ja, Red nur nur. Guckt mal, wie der Drei guckt! Kann man das nicht wecken? Ich überspring das wahrscheinlich eh beim Karten, nicht überspringen das Ganze, das Karten-Karten-Scheiß drauf. Ja, das ist gut.